Ja, hallo und guten Morgen miteinander. Also wir sind jetzt gerade schon wieder, wir sind jetzt am fünften Wandertag heute, ist das richtig, ja. Und wir sind aufgestiegen von Hochfügen, das ist ein Wintersportport, der jetzt im Sommer eigentlich wenig prickelt ist. Also hast du ziemlich alles verlassen. Unser Hotel war ganz gut besucht, alles voll mit Wanderer. Wir sind jetzt aufgestiegen, schon seit ungefähr einer halben Stunde. Und es geht zur Rastkugelhütte. Und da können wir circa zwei halb Stunden weg sein. Und dann schauen wir, wie es weitergeht, weil es gibt wohl ein paar Uppleitungen heute, wegen Murenabgingen und tralala, wie es genau sein wird. Wenn wir dann mit dem Wirt auf der Rastkugelhütte besprechen, in diesem Sinn wünsche ich euch viel Spaß, auch zu Hause. Wir werden hier den Abend in den Tiroler Alpen. Und bis dahin, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Rastkugelhütte 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020